Ja mit der Schrotflinte, genau, genau, wiegt deine Mutter in dein kleines Mülschen? Ungenau Was? Ja ey, mach ich nicht Wieso schließen diese Scheißwaffe nicht? Ich geh auf dein Maul Die kommen weh, bin ich mir ziemlich sicher Naja Genade out King fluffy unicorn dancing on rainbow Äh, kaufen schon richtig was oder? Ich bin, ich bin, ich bin irgendwie Hater, Alter Hallo Zocker Session Hallo Zuschauer, hallo Das wird ne super Löserfahrer Ich weiß was ich jetzt schreibe Du weißt was du schreiben willst, das ist aber schon mal ein guter Ansatz, wenn du was schreiben willst, würde ich sagen Ich weiß nicht was ich gerade geworfen hab, aber das war nicht Nein, ich hab gedacht, dass ich eingetürtet hab, weil da einer eingetürtet hat, aber ich hab übrigens A lang ist die Bombe Und ich bin im Prinzip schon wieder tot Und jetzt ist, äh, jetzt ist es gleich noch Jana Nein, meine Eltern sind in Venedig Was macht man in, wo ich wenig tue, Venedig? Was? Der hat 8,84 gefresst, Jan Jan, Jan Pi, 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 pi Schnell 8,84 hat er gefresst Alter du musst, du mit beiden Händen laufen Jan Na, los, ich hab mir gedacht, du hast es von mir Oh Jan Oh Jan Oh Jan Bitte mach selbst Oh Ich bin wieder da, aber ich hab mein Kopfhörer noch nicht richtig auf, wo ist das? Alter Alter doch Ich hab nur so, meine Schwester hat mir irgendwas erklärt, ne Währenddessen habt ihr irgendwie so auf meinem anderen Ohr so rumgelacht Und ich hab gar nichts verstanden Und ich hab, ich hab in meinem Ellbogen meine Maus gesteuert Mit meiner rechten Hand das Telefon ans Ohr gehalten Und mit der linken Hand WASD benutzt Mit nem Ellbogen, alter Weißt du, du hast Eier Aber ey, zum Glück hast du die Grundin geholt Ja Mach schon Ok, wenigstens winnen wir das Round Alle Pfeilchen sind wichtig für eure Brötchen, alter Das ist so witzig, dabei zuzugucken Also wenn man hohles Brot bestellt, kann man nicht mehr erwarten wie das, was uns gerade hier Brownie gezeigt hat Das ist eine Super Zocker Session, die hat angefangen wie eine Eins, ne? Ja Das ist eine Super Zocker Session, finde ich Nur, wenn ich die Böse spiele nicht so ganz Wir müssen da noch eine kleine Böse spiel Jungen, das ist nicht normal was die jetzt wieder Vorher haben die so nen Bullshit gespielt Die Böse spielten Na egal Alter das ist richtig eine Böse Die Böse spielten Aber mit der Böse spielten Ich hab jetzt aber kein einziges Zwei getroffen Weil ich es mit Ansage Von wem? Von mir? Ach so? Ja. Oder soll ich den Boss? Ich sag, Boss, Mann. Nee, ich sag, Boss, Mann. Nee, ich sag, Boss, Mann. Nee. Nee, ich mach' einen, ey. Okay, ich mach' nichts. Das war... Ich wollte unbedingt an die Bombe, aber... Das ist nicht... Nee, und Spaß. Ich glaub, die hacken wirklich. Okay. Auto-Sniper. Auto-Sniper! So, ein Elefanten... Trampeltier. Guck mal, das, was die können, fand ich schon lange. Also, es ist wahrscheinlich wie in den letzten CSGO-Rund. Ich hab' danach keine Lust mehr. Heute nur verloren. Scheiße. Scheiße. Ich hab' aber ne zweite Chance. Warte, wo ist der Auto-Sniper hin? Wer hat die Auto-Sniper mitgenommen? Ah, nee, keiner hat die mitgenommen. Okay. Ich hab' eine zweite Chance. Sag' ich wollte Graham. Der Fuhr Graham muss mir gleich noch die Waffe schreien, wenn ich... Ach, komm! Fick dich doch du mit deiner Schei! Schrotze, Bombe liegt auf, äh, Short, ne? Ja, hab' schon. Der, der hat eine Schrotze, steht um die Ecke. Mann! Das ist mal ne andere Ecke. Okay. So, ein Huren! Steht um die Ecke! Mann! Das ist mal ne andere Ecke! Ey, ey, ey! Toges, jaaa! Komm Back! Die hat die Musik gesagt! Fuck you! Alza! Was? Wieso hab ich das nicht gesehen? Digga. Todes Tod. Und Todesgut! Und Gutes Todesgut! Ich bin tot... Junge, ich hol den raus. Was soll denn der? Ja, und dann... Was? Bye-bye, jetzt hör mal, wenn ich uns zwei forts... Junge, der Typ ist wieder beigetreten. Was? Wie geht das? Wie geht das? Alter, mit so ner hohen Pingel, ich hol den noch mal raus. Wie kann man denn... Wie kann man denn das wieder nachschauen? Ey, das geht doch gar nicht, oder? Ich wusste auch nicht, dass das geht. Nein, natürlich geht das nicht. Ich meine, man wurde ja rausgeworfen, dann wird man rausgeworfen. Nein, sozusagen.